Hallo Leute, hier ist Nummer 67. Heute gibt es ein neues Video von mir und zwar eine Filmvorstellung, wie ich in meinem letzten Video erwähnt habe. Heute gibt es die Vorstellung von Koi do Tsaga. Ich habe ja das Video nicht von dem Film, deswegen werde ich hier so die Bilder zeigen mit dem Schauspieler und von dem Filmcover. Auf jeden Fall, was geht es bei Koi do Tsaga? Es gibt zwei Pärchen, die sind verheiratet. Einmal Bella und Biru, gespielt von Rima Khan, den werde ich auch hier zeigen. Auf jeden Fall, diese zwei Pärchen sind von Kopf bis Fuß ineinander verliebt. Und Rima ist sehr reich, nein Rima meine ich, Bella ist sehr reich und der hat von seinem Vater eine Firma bekommen, als er starb. Also der Vater von Bella hat ihm das Firma überlassen. Und Biru ist auch glaube ich so mittelreich oder so kann man sagen mittelreich. Und die heiraten, die verliehen sich und die heiraten. Ja, als der Vater stirbt, sagt Bella, hier Biru, du kannst der Chef von dem Firma sein und ich erledige meine andere Sachen. Weil die haben so auch in Malaysia, glaube ich, oder in Singapur eine Firma geöffnet. Und Bella ist ganze Zeit, geht immer zu Singapur oder zu Malaysia. Auf jeden Fall, das erste Heft wird von Birus und Bellas Liebesgeschichte so erzählt. Danach ist da eine Frau, die in der Firma von Bella arbeitet, also die Sekretärin von Biru. Und sie ist in Biru verknallt, also sie liebt Biru. Sie würde alles machen, damit Biru nur ihm alleine gehört. Sie versucht alles. Auf jeden Fall, in der... Danach ist noch eine Freundin von Bella, aber ich habe seinen Namen jetzt vergessen. Und diese Freundin ist, wie gesagt, er ist sehr nett, aber danach geht er zur Schlange. Ja, das werde ich auch erzählen gleich. Ja, auf jeden Fall, diese Frau von Biru, also Biru Sekretärin, Helferin, liebt ja Biru und will alles versuchen. Und eines Tages, also in der Hochzeitsfeier, also in der Hochzeitsfeier von Biru und Bella, erfährt diese Frau, also die Freundin von Bella, dass diese Frau, diese Helferin von Biru, dass sie in Biru verknallt ist. Und die Freundin macht sie fertig, verwarnt Bella, aber Bella glaubt das nicht, weil sie kennt ja dieses Mädchen und sie würde sowas nie machen und Biru sowieso nicht. Auf jeden Fall, danach sieht diese Freundin von Bella die beiden und gibt sofort Bella Bescheid, dass sie gerade dieses Mädchen und Biru gesehen hat. Und die waren, dass die so sehr eng waren und dass Biru sie zu Hause, nach zu Hause gebracht hat. Auf jeden Fall, und in dieser Zeit, wo sie mit ihr Freundin redet, schaut Bella das Video von diesem Feier an und bemerkt, wie sie Biru ansieht. Also diese Helferin von Biru sieht, also diese Helferin von Biru. Ich kann das nicht aussprechen, ich sage leider. Deswegen sage ich Helferin. Auf jeden Fall, danach geschieht so ein paar Sachen und dieses Mädchen, die Helferin von Biru, sieht, dass... Also sie ruft den an, sie ruft Biru an und sagt, komm sie hier, ich bin voll verknallt, wenn sie untersucht, dass sie trinken, sie versucht Biru zu verführen und so alles. Und in dieser Zeit, kommt die Freundin von Bella und Bella und sieht alles, was passiert. Auf jeden Fall, Bella gibt sie ihren richtigen Klatsch, aber richtig und sie geht weinend nach Hause und Biru geht auch hinterher und sagt, dass sie das alles falsch verstanden hat. Auf jeden Fall, geschieht noch mehr Sachen und in der Mitte, ähm, danach ruft dieses Helferin Biru, ähm, Bella an und sagt, dass sie ihn, sie nennt eine Bitch und so alles, blalalala, verpasst ihr so viele Sachen. Danach geht Bella dahin und will sie umbringen, weil sie ruft ihn an, sie sagt im Telefon, dass ich schöner als du bin, ich bin hübscher, ich bin jünger und deswegen kann ich Biru immer verwöhnen, wann ich will, du bist ein alter Sack und so alles. Auf jeden Fall geht Bella dahin und will sie erschießen und erschießt ihn auch. Hab ich gedacht, dass sie ihn erschießt, aber das ist nicht so, sondern jetzt kommt das beste Leute. Diese Freundin von Bella und Biru sind eine Paar. Sie versuchen beide, Bella zu fertig zu machen, um die Firma von denen zu nehmen. Sie versucht alles, also die beiden versuchen alles, dass Bella stirbt oder ins Gefängnis kommt. Auf jeden Fall erfährt Bella das, das war das die schlimmste Szene, die ich gesehen habe. Leute, ab dem Szene fängt die Drama an. Viel will ich nichts mehr sagen, ich habe zu viele Spoiler gespoilert, deswegen will ich nichts sagen. Auf jeden Fall, Koji im Koji Dutsakaha gucken, Leute, auf jeden Fall sollte dieser Film gucken. Ich habe wirklich nach diesem Szene, wo sie das erfahren hat, dass er mit seinen Freunden was hat. Und das hat mich richtig so schrecklich gemacht und die mal wieder, wie sie wieder schon gut gespielt hat. Leute, auf jeden Fall sollt ihr das gucken, auf jeden Fall. Und ja, das war's von mir heute. Ich wollte euch den Film erzählen, wie das so ist. Ich wollte es vorstellen. Ich will mehr Lollywood-Filme vorstellen. Ich würde mich für ein Abo und mich riesig freuen. Bis zum nächsten Video. Ciao.